Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, es geht mal wieder gegen die Medien. Der Journalismus hat sich so tief nach unten begeben, dass es kaum noch zu beschreiben ist. Und wir haben zunehmend jetzt auch eine Beobachtung, die mache ich zumindest, dass Ereignisse, Entwicklungen, die aktuell sind, missbraucht werden, dass man sie verbiegt oder eher Randaspekte heranzieht oder konstruiert sogar, um alte Feindbilder wieder zu bedienen und alte Feinde zu bekämpfen. Wir wissen ja, wer die sind. Putin, Trump, die AfD und so weiter. Das neueste Beispiel ist natürlich Corona. Die Pandemie, die Krise, die Viruskrise wird missbraucht, um auch sie gegen alte, gegen bestehende Feindbilder zu wenden. Das ist also regelrechter Guerilla-Journalismus, der hier stattfindet. Ein Beispiel aus dem britischen Guardian. Trump's Gamble on Wall Street Virility. Also der Kampf oder das Spiel, die Wette von Trump gegen die Widerstandsfähigkeit der Wall Street könnte ihn das Weiße Haus kosten. Die Journalisten haben vom Tag 1 in der ersten Amtszeit des US-Präsidenten an versucht, ihn da wieder rauszuschreiben aus dem Weißen Haus. Es gab Russiagate, es gab das Impeachment-Verfahren und so weiter und so fort. Jetzt wendet man also auch Corona gegen Trump, um vorherzusagen, dass er eine zweite Amtszeit nicht erreichen wird. Und hier die Unterzeile im Guardian, das wird dann wie ein Beleg gebraucht. Nur ein amtierender Präsident in den vergangenen 100 Jahren hat es geschafft, in einer Rezession wiedergewählt zu werden. Dann haben wir ein zweites Beispiel. Das stammt auch aus dem Guardian. Ich habe mich also auch im Ausland mal umgeschaut. Der Corona-Virus wieder. Trumps Fehler ebnen den Weg zu einem Desaster, wird hier geschrieben. Und aufgehängt ist das wieder an Corona und den Entscheidungen, die Trump bisher getroffen hat. Verschiedene Tweets, auch die Entscheidung, die Europäer 30 Tage lang nicht ins Land zu lassen. So, dann habe ich ein Beispiel aus Deutschland von Spiegel Online. Corona und die Folgen. Trumps Offenbarungsei. Da wird also auch wieder gesagt, Corona plus XY ist gleich Schlag gegen Trump, so ungefähr. Die Corona-Krise entlarvt Nationalisten und Populisten als das, was sie sind. Gefährliche Scharfmacher, die sich nicht um die Wahrheit scheren und genau deshalb folgenschwere Fehler machen. Dann haben wir ein Beispiel aus Politico, dem Magazin. Dort wird auch wieder der Zusammenhang zwischen Trump und dem Corona-Virus hergestellt. Und da sagt man, dass das Corona-Virus mit all seinen Folgen diese Make America Great Again Bewegung, die Trump gestartet hat, zerbrechen lässt und gefährdet. So sinngemäß kann man das übersetzen. Und hier in einem Text aus Politico heißt es dann, ich muss es jetzt mal frei übersetzen. Die wachsenden Gesundheits- und Wirtschaftsrisiken, die sich aus dem Ausbruch des Coronavirus ergeben, stellen eine monumentale politische Herausforderung für eine Gruppe dar, die Amerika wieder groß machen will. Mit nur weniger als acht Monaten bis zur Präsidentenwahl. Da wird also klar dieser Link auch hergestellt. Dann im Guardian nochmal Brexit. Jetzt wird also zwischen Corona und Brexit die Brücke gebaut, damit man gegen Brexit nochmal losschlagen kann. Brexit bedroht die Kapazität oder das Vermögen Großbritanniens, künftig auf eine Pandemie zu reagieren. Das wird da einfach mehr oder minder behauptet. Und so wird das quer durch die Medienlandschaft, durch den Blätterwald betrieben. Wir kennen das ja auch von vor ein paar Wochen nach dem schrecklichen Anschlag in Hanau. Da wurde ständig und ohne Ende die Verbindung hergestellt zwischen Hanau und der AfD. So nach dem Motto, die hätte mit Hass und dem, was sie so treibt, die Vorlage gebildet oder gebaut für das, was der Täter in Hanau dann getan hat. Und da gab es nur noch wenige, auf dem Höhepunkt dieser Kampagne nur noch wenige vernünftige Stimmen. Und die kamen zum guten Teil aus dem Ausland, zum Beispiel aus der Neuen Zürcher Zeitung. Hat die AfD in Hanau mitgeschossen. Die deutsche Politik sucht nach Erklärungen für den Anschlag. Und dann heißt es im Vorspann, nach dem Attentat eines rassistisch motivierten Wirrkopfes werden Vorwürfe laut, die AfD habe den Boden für die Bluttat bereitet. Und jetzt kommt der entscheidende Satz in der Neuen Zürcher Zeitung dazu. Dabei scheinen Überlegungen der politischen Opportunität wichtiger zu sein, als eine seriöse Analyse des Geschehens. Also ein Missbrauch sozusagen von Zusammenhängen, um wieder auf einen alten Feind einzuschlagen. Dann sehen wir in der Bild auch ein Beispiel zu diesem Thema, wie die Corona-Krise der GroKo hilft. Wir sehen ja seit Tagen alle möglichen Umfragen, die belegen sollen, dass die GroKo von dem Handling, sage ich mal, Management will man gar nicht sagen, dieser Krise profitiert. Wer es glaubt, wird selig.